Pausiner Straße, Beginn der Umleitung, Start of Diversion, Liebermann-Villa, U-Bahnhof Jakob-Kaiserplatz, Übergang zur Jelbi Mobilitätsstation, Tür schließt, Ausgang, Tür öffnet an der gegenüberliegenden Seite. Wasserwerk Tegel Plantagenstraße Haus der Wannsee-Konferenz Bismarckstraße, Kaiser-Friedrichstraße Heiligenseestraße, Hennigsdorfer Straße Tegeler Weg, S-Bahnhof Jungfernheide Kürbisstraße Kürbisstraße Osnabrücker Straße Herbertstraße Zum Heckeshorn Heerstraße 438 bis 446 Heerstraße 438 bis 446 Heerstraße Kürbisstraße 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 Vielen Dank.